Hallo und herzlich Willkommen zu.... Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Alien Isolation Mal wieder am Montag kam keine Folge, weil ich eigentlich was geplant habe was anderes hochzuladen was aber jetzt nicht fertig geworden ist oder irgendwie abgebrochen ist, wie wir zur Zeit ein paar Macken das was einfach mal Uploads abbricht oder sagt die Konten nicht hochgeladen werden deswegen kommt das neue was wir jetzt machen am Sonntag, äh nicht am Sonntag, aber am Wochenende wahrscheinlich sonntags, außer da kommen halt die Fakten folgen ich habe letzte Woche keine Fakten geschafft, habe ich irgendwann schon mal erklärt weil, man darf es nicht überhaupt, äh ja wir haben das neue Format halt eigentlich fanden wir nicht Firmeninteressen müssen jederzeit gewahrt werden ah ja fattestes 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 die So, wir müssen jetzt hier was finden, jetzt hier einen Weg aus der Maschinenfahrt. Sieg sein. Norbert. Gemeinsam. Es. Der hätte keine Klacken halten. Man kann sagen, dass sie hier nicht gehen würden. Sie sollten nicht hier sein. Ich muss dich gehen. Ich muss dich gehen. Ich werde Sie einfahren. Dies ist ein Sicherheitsverstoß und kann nicht toleriert werden. Sie und ich scheinen an Problemen verhauen. Eigentlich nicht. Scheiße. Bedankenslich und Befug da waren mit Erhöhung, Sie auf sich einzuwischen. Sollten Sie mir über Silvathopold sicherheitsvorschriften erfahren? Nein, ich teile. Sie stapazieren meine Geduld. Alarm im geschätzten Bereich. Wir müssen uns über Sicherheitsmaßnahmen unterhalten. Das ist in diesem Bereich nicht gestaltet. Wir mussten Befug des Fahrens. Sie sind in diesem Bereich nicht unterhalten. Sagen, das ist in diesem Bereich nicht zu Flasen. Wunsch an, dass wir uns nicht mehr mit dem H starken Reifen nehmen. Es ist ein Beste, er hat sich von Flasen und Erhöhung. ien von Flasen auf sie zufassieren. Ich werde sie einfangen. So. Ich finde jetzt ein Safepunkt, da ist kein Wissen, ein Stück aufzunehmen. Ich bin auch noch nicht da, ich hab keine Ahnung, komm mal. Also kriegt's ja nur im PC, also daher ist alles gut. Können kann's sein, dass vielleicht noch ein paar Folgen, oder dem da mal ein Video ausfallen wird. Kann ich mir nichts genaueres sagen. Geil doch. Geil. Geil doch mal nichts, okay. Aber ich bin nichts mehr. Ich hab die Kamera gezogen. Ne, das hier ist alles gut. Ach, sag mal. So, sag mal. So, sag mal. So, sag mal. Von daher. Jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder. Irgendwie vielleicht müssen wir. Alarm archiviert. Untersuchung eingeleitet. Du bist im Sektor. So, das save wir mal ganz kurz, da bist du halt nicht gekriegt im Sektor. Äh. So. 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 Wie läuft denn der denn seine Wege wirklich schneller wissen? Schweigen Ich habe da ziemlich so ein geiles Holzen-Schlussgerät. Die besten aber nur großen, weil... Ich muss mal leid. Ich muss mich gar nicht mal dahin machen. Aber hier wird zum Beispiel auch kein Safe-Mail gemacht. Weil ich... ...irgendwann keines... ...licherweise... ...zunehmend ist. Dann können wir auch direkt die Folge wählen. Bis zum morgigen Tag. Am Wochenende kommt dann die neue Sache. Und wird irgendwann die Woche noch das Faktenvideo aufgenommen. Und am Mittwoch kommt Loll. Ja, diese Woche und Mittwoch kommt Loll. Bis dahin aber... Tschüss und... Bis zum nächsten Mal. Wir werden jetzt mal gucken, was noch passiert hier. Weil ich weiß ja noch gar nichts. Also... Logisch, ne? Weil es nicht rumgespielt wird. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wie wir das Ende überbringen. Aber bis dahin. Tschüss.